So Leute, willkommen zu meinem Tutorial zu Psychosis. Ich werde den Link und auch diverse andere Dinge in den Beschreibungen reinsetzen. Mit mir dabei ist TheBlow9999. Hallo YouTube. Und ich sag mal, was ist das? Ja, Mental Hospital. Fangen wir mal an. Ich sage es jetzt nochmal. Wer Herzproblem hat oder sonst was, bitte wegschalten. Das ist nicht zu schwachen. Genau. Ich sag mal so, ich habe dieses Spiel noch nie gespielt. Ja, ich schon öfter. Und ich sag jetzt mal so, fun. Und naja, ist ja nicht so schlimm wie Slender, soll ich das gehört haben. Es soll schon fies sein. Das ist richtig fies, das Game. Naja, wollen wir uns jetzt erstmal angucken. Vielleicht ist es auch nur so ein Pädophiler, der einfach nur spielen möchte oder so. So Slender fand man an einigen Stellen ja schon heftig. Ja, naja, machen wir es anders. Wir spielen das Spiel nicht so, dass wir als Gejagter sind. Wir spielen einfach so, dass wir den Gejagten suchen, den Pädophilen. Und na, man war dann so lange voll, bis er automatisch wegkriegt. Also wir drucken dann die Spam-Taste sozusagen. Genau, wir spammen ihn voll mit Smilies und so. Online-Spielen. So, ich habe hier gerade was langlaufen gehört. Manchmal sind die Viecher auch hinter dir, so als Info. Oh, nee, das Mötchen ist gar nicht besser. So, wir haben auch. Okay. Da waren gerade blaue Augen, glaube ich. Ja, rote Augen, Mensch. Das sind rote. Danke, dass du mir sagst. Ich habe dieses Spiel schon mehrmals durchgespielt. Wollen wir mal ein bisschen lauter? Geht ihr, was ist das? Blub, blub, blub. Jetzt geht es auf einmal. Okay. Acht. Okay. Ist das jetzt meine eigenen Schritte, die ich höre, oder auch andere? Okay. Ich habe das Gefühl, hier ist noch jemand, der gerade abgeschlachtet worden ist. Hm. Ich habe gerade das Gefühl, ich habe so eine beruhigende Stimme, wie Gronkh. Er hat auch so eine beruhigend tiefe Stimme. Und wenn, wenn ich normal, was ist das hier? Wenn, dann ja, daher, daher. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Ähm, das wird schon, innenhauen, YouTube. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Ja. Gucken, was, okay, hier ist nichts. Gehen wir wieder zurück. Ich habe das Gefühl, hier erwartet mich gleich irgendwas. Habe ich auch irgendwas. 11. Ich bin kurz vor der 12. Ich mache gleich mal einen Spielertausch und spielt hier lieber Blub, hier eine Runde. Ist, ähm, Cam an? Cam ist nicht an. Nicht hier. Ähm. Ich glaube, meine Visage habe ich auch auf YouTube gesehen. Das werden wir schon irgendwann mal sehen, aber nicht heute. Level 13. Oh Gott, 13. Das ist schon so komisch. Was war das? Ist da sowas Rotes, das da beim Versprungen? Nein. Oder stand da was? Warte mal. So, das. So, bei 14 spielt wir Blow. So. Ist da jetzt 14? Hier ist die 14, das mache ich kurz zum Spielern. Ja, ähm, wir müssen ja kurz Plätze wechseln. Aber das passt schon. Hahaha. Oh, ey, Alter, wie klein ist deine Tastatur? Nur. Töne, finde ich gar nicht. Er muss, ja, da lang. Ne, ich muss mich nur an diese kleine Tastatur mal gewöhnen kurz. Ich bin noch ein bisschen erkältet, wenn ich ab und zu husten muss. Ja, ich werde mir wahrscheinlich gleich noch in die Hose pissen irgendwann. Ich bin ja bei dir. 15. Ich habe das schon mehrmals durchgespielt und ich muss sagen, das ist das weit brutalste Spiel, was ich in meinem ganzen Leben gespielt habe. Ja, brutal ist es ja nicht wirklich. Es ist einfach nur... Ich habe mich jetzt... Warte mal, stopp, bleib mal stehen. Geh mal gerade aus. Ich habe, glaube ich, da gerade Augen gesehen. Guck mal, da habe ich... Alter, ich habe mich jetzt auf das Tür erschrocken. Du erschreckst dich halt bei jeder Kleinigkeit. Du bist in der 10. Ab 20 bist du erst mal, bitte. Es ist ja auch nicht großartig, was passiert. Du musstest das auch noch sagen. Scheiße. Geh mal, wir passen an in die Runterhose anzuhören. Klar. Jetzt ehrlich? Nö. Geh rechts lang. Ich habe Angst, ich gehe nicht rechts lang. Geh dann da rechts lang. Du musst doch sowieso nicht rechts gehen, da geht es doch gleich wieder rum. Ich glaube, du hast das Gefühl, da passiert gleich was. Ja. Oh, ich habe Angst. So ein 20, du kannst es nicht. Oh Mann, dann muss ich ja weiterspielen. Ja. Welcome back, YouTube. Ja. Ich mache es mir mal schön bequem. Ja, weil ich die Herzeit habe. Ich lege dir so. Ja, ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot.